Ursprünglich wollte ich eigentlich Pilot werden, aber mittlerweile bin ich froh, dass ich auf dem Boden geblieben bin, weil ich genau den Beruf mache, für den ich jeden Tag aufs Neue gern aufstehe. Ich habe mich 2014 dazu entschieden, mich in dem Bereich selbstständig zu machen, weil mir der Beruf einfach unheimlich Freude macht und ich sehr gern selbst auch Verantwortung übernehme. Die Firma Streib wurde 1920 gegründet von meinem Urgroßvater. In den 60er und 70er Jahren kamen bei der Küfferei Streib die Standbeine Brennerei und Musterei dazu, auf die dann in den 90er Jahren das Hauptaugenmerk gefallen ist. Und ich wollte eigentlich schon immer die Küfferei wieder aufleben lassen und habe das dann auch realisiert. Selbstständig in einen Betrieb zu führen erfordert Leidenschaft, erfordert Freude an den Produkten, die man herstellt, erfordert auch die Bereitschaft mehr zu tun als andere Leute. Aber es bringt auch eine große Freiheit mit sich, die man nutzen kann. Jeder Handgriff bei der Herstellung von meinen Holzfässern geschieht durch Überzeugung, was sich in der Qualität von meinen Fässern widerspiegelt. Und das bekomme ich von meiner Kundschaft jeden Tag aufs Neue zu hören, was mich sehr freut. Auf dem Weg in die Selbstständigkeit ist es wichtig, Unterstützung zu erfahren. Die bekomme ich zum Beispiel durch meine Eltern oder von der Handwerkskammer oder auch von den Banken. Mein persönlicher Leitsatz ist ein Zitat vom Philosophen Epictet und heißt, mache dir zuerst klar, wer du sein möchtest und dann tue, was du zu tun hast. Ich bin Matthias Streib, ich bin Küfer von Beruf und Ihr Keller ist meine Aufgabe.